Musik Im Sommer 2011 machen sich Landfrauen in ganz Deutschland auf den Weg. Die ersten bundesweiten Aktionstage verdichten und verstärken das Netzwerk in Deutschland und über die Grenzen hinaus. 4 Millionen Kilometer, also rund 100 Mal um die Erde, legen sie dabei zusammen zurück. Musik Viele Frauen, viele Gesichter. Jede Einzelne bringt sich mit ihren Erfahrungen und Fähigkeiten ein, als Teil der großen Landfrauengemeinschaft. Tausend Aktionstage werden zu tausend neuen Impulsen, tausend neue Ideen für die Verbandsarbeit, tausend neue Gründe für das ehrenamtliche Engagement. Musik Musik Die Entwicklungen der Gegenwart fordern neue Handlungsansätze. Wie werden wir in Zukunft arbeiten? Welche Energieformen werden wir in Zukunft nutzen? Wo werden die Jungen in Zukunft leben? Bildungsangebote bieten das Rüstzeug, damit wir alle die richtigen Entscheidungen für die Zukunft treffen. Die bundesweite Gemeinschaft der Landfrauenverbände bietet eine machtvolle Grundlage für wirkungsvolle, gesellschaftliche und politische Teilhabe. Es gilt, gute Ideen in die Tat umzusetzen. Nur gemeinsam können wir Zukunft gestalten.